FIEWEN! WIEWEN! Was tippst du denn? Schwierig, ne? Ich glaube, bei den Tipps habe ich jetzt tatsächlich... Mein Papa hat 2-1 getippt, ne? 2-1 hoch oder unentschieden. Ich glaube, ich tippe 1-0. Ich glaube, die machen noch kein Tor, die Berliner. Ich bin das falsch. Wir sind vergangen in diesem Haus an der Geraden, aber gut, die rausziehen. Vertraue da! Das ist 2021 Minimum! Und darüber freuen wir uns sehr, deswegen ist es gut, dass wir bei uns wieder an der Gast gekommen sind. Das ist schon mal, ein Schicker, das hat die Nacht noch einmal in der Rocksack oder auf dem Geld. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.